Der wohl schönste und lustigste Anime der Geschichte ist endlich zurück. Aber genug von Goblin Slayer. Konosuba hat einen kleinen Trailer für Staffel Nummer 3 bekommen und der Anime mit den 4 Helden, die wir nicht brauchen, aber definitiv verdienen, kommt dann 2024. Link zum Trailer ist in der Videobeschreibung.